Hallo, ich bin Ronny Cockert und ich leite in Wien das Trainingszentrum Synergy. Dort unterrichte ich auch die gleichnamige Kampfkunst Synergy. Bis gestern tat ich das zumindest, denn die aktuelle Situation erfordert volle Verantwortung für unsere Mitglieder, unsere Mitarbeiter und unsere Mitmenschen. Deshalb habe ich unser Zentrum gestern geschlossen. Das ist wichtig, das ist richtig, das ist traurig, aber das ist noch lange kein Grund zur Panik. Denn auch wenn wir unseren Betrieb jetzt geschlossen haben, wir lassen uns nicht unterkriegen und wir lassen euch nicht im Stich. Alle sitzen wir jetzt zu Hause fest, fühlen uns manchmal schon eingesperrt in den eigenen vier Wänden, die Decke fällt uns am Kopf, wir fühlen uns zum Hausarrest verdammt. Dabei lauern zwei große Gefahren. Die eine ist der Sofa, die andere ist der persönliche Verdruss. Jede Krise birgt aber gleichzeitig auch eine Chance, nämlich die Chance, diese Herausforderung anzunehmen, um aus dieser Situation vielleicht sogar besser rauszukommen, als wir reingegangen sind. Na gut, wir sitzen zu Hause fest. Na und? Kein Grund, nicht im Bewegen zu bleiben. Wir sitzen nicht bloß zu Hause rum. Wir leben jetzt zu Hause. Wir sind zu Hause auch nicht eingesperrt. Wir sind frei. Frei endlich das zu tun, was wir vielleicht immer schon einmal tun wollten. Wir befreien uns von den finsteren Gedanken und vom Sofa. Wir sind die Trainer und Trainerinnen der Shinergy Base Wien. Und wir machen das, was wir am besten können. euch motivieren, euch inspirieren und euch in Bewegung zu bringen. Ich lade euch deshalb ein, mit uns gemeinsam zu trainieren. Nicht irgendwo, sondern dort, wo es jetzt gerade darauf ankommt. Bei dir zu Hause, in deinem Wohnzimmer. Ab sofort kannst du aus täglichen Kursen mit unseren Top-Trainern und Trainerinnen wählen. Online. Kompetent, persönlich und unsensiert. Entfache deine innerste Kraft. Lerne dich zu verteidigen und Kicke und Boxe, die in unseren Kampfsportkursen den Stress und die Angst von der Seele. Atme tief durch und finde im Yoga zu Ruhe, Gelassenheit und Balance. Gib dein Bestes und bringe dich in unseren Fitness- und Pilateskursen in die Form deines Lebens. Funk your soul and rock your body. Denn wir sind Rebels with a cause. In der Bewegung liegt unsere Kraft. Und unsere Freiheit, die beginnt immer bei uns selbst.